Bei mir stand dran, eine kleine Quizrunde. Nächste Frage, das weiß er. An welchem Spieltag stand dann der Titel die Meisterschaft fest? 28. Eintracht Frankfurt, ja. 28. Eintracht Frankfurt, Torschütze. Achtung, Hermann Gerland. Ist das der Anschlusstreffer? Ist das der Anschlusstreffer? Ist das der Anschlusstreffer? Thomas Müller ist richtig! Ja, ja! Hermann Gerland auf 4 zu 3, meine Damen und Herren. Ja, bist du deppert! Zur Not immer der Müller. Zur Not immer der Müller. Zur Not immer der Müller. Wir sind dran. FC Bayern exklusiv mit der Telekom.